Warum setzt der Sportbund Rheinland auf die Förderung des Sportabzeichens durch die Sparkasse? Das Sportabzeichen wird bundesweit durch die Sparkassen gefördert und hier hat es natürlich jetzt nahegelegen in der Region auch die örtliche Sparkasse mit einzubinden, um hier einen weiteren Partner dann für das Sportabzeichen zu gewinnen. Wo liegen die Schwerpunkte der Förderung oder weshalb hat der Sportbund Rheinland die Sparkasse hier mit ins Boot holen wollen oder auch müssen? Ja, jährlich werden im Sportbund Rheinland ca. 25.000 Sportabzeichen abgelegt und hier liegt der Schwerpunkt bei den Kindern und Jugendlichen. Die Kinder und Jugendlichen sind natürlich auch in den Schulen sehr aktiv. Die Arbeit des Sportbundes als Dienstleister betrifft natürlich die Vereine in erster Linie und nicht die Schulen. Aber die Kosten, die also hier für Urkunden und Abzeichen jährlich entstehen, werden zurzeit halt eben durch den Sportbund getragen, beziehungsweise durch die Elfkooperationen natürlich jetzt teilweise durch die Sparkassen. Das ist ein gutes Zeichen für die Schulen, dass das Sportabzeichen dort auch weiterhin kostenfrei angeboten werden können, dass keine Kosten für die Abnahme in den Schulen entstehen. Auch bei dir die kleine persönliche Frage noch zum Schluss. Wann und wo machst du dieses Jahr dein Sportabzeichen? Also ich werde mich bemühen, mal dieses Jahr das Sportabzeichen vielleicht abzulegen und ich denke mal, innerhalb der Stadt Trier gibt es einen Verein, die TG Trier, die halt eben auch führend ist in der Abnahme des Sportabzeichens. Und ich werde mich mal mit denen in Kontakt setzen. Vielleicht bekomme ich das aus zeitlichen Gründen dann hin. Herr Dr. Göbel, die Sparkasse Trier ist ein großer Partner des Sports, ein Förderer der Sportvereine in der Stadt Trier und im Sportkreis Trier-Saarburg natürlich auch. Warum ist der Sport ein so wichtiger Förderungsgrund der Sparkasse Trier? Ja, also die Sparkasse Trier fördert ja nicht nur den Sport, sondern viele gesellschaftliche, soziale, kulturelle Vereine und Einrichtungen, sowohl in Trier als auch im Landkreis Trier-Saarburg. Und der Sport, sagen Sie es richtig, ist einer der Schwerpunkte bei uns. Zum einen natürlich aus dem gesundheitlichen Aspekt heraus, weil Sporttreiben sinnvoll und gesund ist. Zum anderen erfüllt der Sport aber ja auch einen wichtigen sozialen Faktor. Das heißt, mit Menschen zusammenzukommen, die Bindung, das gemeinschaftliche Teamgedanke und so weiter, die für uns auch ein wesentlicher Aspekt unserer Förderung darstellen. Jetzt haben wir heute die Kooperation zum Deutschen Sportabzeichen unterschrieben. Warum legt die Sparkasse Trier jetzt den Fokus zusätzlich auf das Deutsche Sportabzeichen? Das Deutsche Sportabzeichen ist, sagen wir mal, ein Baustein, ein Teil unserer Breitenförderung. Neben dem Spitzensport, den wir unterstützen, wollen wir ja nicht nur Vereine unterstützen, sondern auch ganz gezielt Personen, Menschen anregen, Sport zu treiben, aktiv zu sein, sich mit anderen Menschen zusammen körperlich zu bewegen. Und dieses Sportabzeichen ist ein Anreiz, das mal zu tun. Und es bietet so eine Art kleine Ist-Analyse, wo stehe ich körperlich gerade? Und das ist für jeden, sowohl im jungen Alter als auch für ältere Menschen möglich und sollte als kleinen Anreiz dienen. Und eine kleine persönliche Frage zum Ende. Wann und wo machen Sie in diesem Jahr das Sportabzeichen? Wann und wo weiß ich noch nicht, aber ich hätte die Idee, dass ich das mit meinem Sohn diesmal zusammen mache und vielleicht dann an meine persönlichen Erfolge, die ich als Schüler damals hatte, als ich das Sportabzeichen gemacht habe, vielleicht anknüpfen kann. Im vergangenen Jahr haben fast 1.300 Menschen das deutsche Sportabzeichen in dieser Region abgelegt. Felix, warum glaubst du, machen so viele Menschen das deutsche Sportabzeichen? Ja, ich gehe mal davon aus, dass gerade hier in der Region gibt es etliche Vereine, die auf das Sportabzeichen spezialisiert sind. Die TG Trier zum Beispiel oder die TG Konz, aber auch die Schulen haben sehr viele in Sportabzeichen abgelegt. Also Schüler in den Schulen im Landkreis, was mir jetzt so bekannt ist. Und wie gesagt, ich gehe davon aus, dass durch diese Arbeit in den Schulen diese gute, schöne Zahl zustande gekommen ist. Mit der Förderung durch die Sparkasse Trier haben wir jetzt den 10. und den 11. Sportkreis auch in der Unterstützung drin. Wo siehst du die Vorteile dieser Zusammenarbeit mit der Sparkasse Trier? Ja, ich hoffe vor allen Dingen, dass wir das bekannt machen in den Schulen, dass dort wiederum bekannt wird, dass die Kosten vom Sportbund über die Kooperationen und so weiter getragen werden, dass auf die Schülerinnen und Schüler keine Kosten zukommen für die Sportabzeichen, für die Urkunden und so weiter. Dass dann vielleicht in manchen Schulen noch mehr hier getan wird. Und die persönliche Frage zum Schluss, wann und wo machst du in diesem Jahr das Sportabzeichen? Oder wen nimmst du mit zum Sportabzeichen machen? Natürlich am 16. Mai bei der TK Konz, beim Sportabzeichenaktionstag des Sportbundes Rheinland. Und ich nehme meine kleine Hausbewohnerin, die ist zweieinhalb Jahre alt mit, die läuft dann vor mir weg und zieht mich heran. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020